Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Meilenstein für den Güterverkehr auf der norddeutschen Schiene. Eine feste Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark. Eine feste Fehmarn-Beltquerung. Diese Brücke. Und für dieses Bauprojekt brauche ich einen Leiter für den Güterverkehr. Wen hat er gefragt? Wen? Nicht! Was? Das ist ja Wahnsinn! Wuhuhuhuhuhu! Ja! Was? Ihr seid ja total verrückt geworden. Wieso? Sophie, ihr müsst da die Finger von lassen. Das ist der Durchstoß für Fehmarn. Scheiße. Das sind doch wieder so Schauergeschichten von deinem Vater. Außerdem glaube ich, der Shit von den Zügen, der wird in unsere Gärten regnen. Wie bitte? Wir im Güterverkehr machen das anders als bei der Personenbeförderung. Je pünktlicher die Ware, desto besser. Ich will, dass du die Projektleitung ablegst. Was soll ich denn tun? Soll ich ein Rückzieher machen? Soll ich zu meinem Chef gehen und sagen, dass ich gegen die Brücke bin? Mich gegen den gesamten Konzern stellen? Weißt du auch nicht? Ja, aber mir ein schlechtes Gewissen machen. Nicht nur die Touristen, sondern auch die Vögel würden ausbleiben. Dann mit mir nicht. Mit mir macht ihr das nicht. Wir Fehmarn müssen zusammenhalten. Schönen Abend. Schauen wir mal an.